ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wie war das Spiel für dich? Sehr gut, anstrengend. Wir hätten eigentlich besser spielen können, aber auf jeden Fall haben wir gewonnen. Wir sind zufrieden und freuen uns auf das nächste Spiel. Ich habe noch nie jemanden so oft hinfallen sehen. Tja, passiert, wenn man ein bisschen aggressiv spielt. Er schießt aber auch die meisten Tore. Ja, so ist das. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön, vielen Dank. Wie kommt es eigentlich, dass ihr neue Trikots habt? Wir sind ja jetzt eine Spielgemeinschaft. Eine Spielgemeinschaft hat auch geteilte Trikots, Schulter Group und Nord Event. oder? Ja, ist, glaube ich sehr angenehm. Du bist schlecht. Das war's. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, aber wir haben heute ordentlich Manpower mitgebracht. Wir haben alle möglichen Leute versucht zu mobilisieren aus unserer Firma. Und ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Habt ihr denn noch taktisch was vor? Ja, das darf ich natürlich jetzt vor dem Spiel nicht vor der Kamera verraten. Aber wir haben uns da was überlegt. Ja, das war's. 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 Die Ender!